Hallo zu ungewohnter Stunde, wir sind ein bisschen früher dran, das heißt wir machen es einfach unser live oder unsere Stoffvorstellung, wann es uns passt. Wann es uns passt, genau. Wir sind ja flexibel und ihr seid es ja auch und die Technik ist ja auch flexibel von denen können wir das genau so machen. Und den Lade haben wir auch noch offen, wenn jemand dazukommen möchte und vor die Kamera, also herzlich willkommen, wir sind noch dabei. Genau. Dann sehen wir mal so was so geht, aber im Moment gerade können wir uns den Stoffen widmen. Ja und wir haben da ein paar spezielle Schätzchen rausgesucht, einfach mal so Einzelheit, weil das ist so kuschelig hier, so richtig schön kuschelig und die kuschelige Sache haben wir in drei Farben, das ist eine reine Baumwolle und die haben so richtig schöne Franzen oder Zotzeln, könnte mir auch gut einen Rock vorstellen oder eine Hose habe ich noch überlegt, da waren wir jetzt nicht ganz so sicher. Wahrscheinlich würde ich die Zotteln dann längs nehmen für die Hose, genau. Ja. So zum Zambatanzen oder so. Zum Zambatanzen, zum Zambatanzen sind die Zotteln nicht lang genug. Genau. Aber wenn man eine Hose anhat und du wirst trotzdem gestreichelt, wäre sie auch. Guck mal, das würde zu deinem Oberteil passen. Passt perfekt. Und zu meinem Rock, wer noch nicht kennt, das ist der Pretty Patch Schnittmuster von der Katja. Da haben wir auch noch Fertig Schnittmuster. Da. Also original ist so in einer kürzeren Variante, aber bei mir muss es halt immer bodelang sein. Ich habe einfach die Streifen länger geschnitten und dann ist er halt auch entsprechend weiter. Genau, einfach die die Nähte verlängert. Ja. So ist es. Und der Schnitt kostet 12,90. Genau. Den Schnitt gibt es auch. Ja. Und wir zeigen euch jetzt diese Stoffe. Also das ist jetzt auch eine Jacke von der Katja. Das ist die Schlumberjacke. Schlumberjacke, genau. Schlumberjacke mit angeschnittenem Arm. Dieses Mal in der kurzen Variante gibt es auch mit der längeren Variante. Also kann man auch mit Baumwollgewebe machen. Ja. Ich finde es auch toll, gerade jetzt so, wenn man es über ein Bikini am Strand tragen möchte oder im Schlimmbad ist schön leicht. Ja. Also nicht so dick, so braucht man ja keine Strickjacke, wenn es warm ist. Aber so ein leichter Baumwollstoff ist ganz angenehm. Oder wenn mal ein Wind kommt, dann hat man gerade schnell so was drüber. Genau. Oder über Sommer gleich mit Spaghetti-Trägern oder ohne Ärmel, dass man einfach noch mal eine Lage drüber anhat. Und man kann es natürlich auch in der Länge variieren, wenn man es jetzt lieber kürzer möchte, sieht es natürlich auch nicht aus. Genau. Wenn man es kürzer macht, schnell macht und sieht lässig aus. Oder man macht noch ein bisschen längere Ärmel dran, macht drei Viertelarm. Also gibt es ganz, ganz viele Varianten. Ja. Ich habe mir eine Variante gemacht, die liebe ich über alles. Da habe ich mir unten drunter, wie ein Jersey, einfach noch ein Dreiviertelarm dran gemacht. Ja. Macht der erst ein bisschen wärmer. Es zieht nicht so durch. Und ich liebe das. Die habe ich immer an. Also die ist schon fast angewachsen. Ist fast angewachsen. Fast angewachsen. Ich rede jetzt über den Baumwollstoff, den wir hier gezeigt haben. Also ich habe ihn noch an und wir haben den in drei Farben. Das sind die drei Farben, die wir euch geben können. Ein Jeansblau, das ist Khaki beige-grün und ein Ecru-Weiß. Alles dieselbe Ware. Und es ist ein Baumwollchacard mit dieser Franze dran. Ich zeige es euch nochmal. Das ist eine leichte Franze. Kann in alle Richtungen. Und 100% Baumwolle. Eine Breite von 1,33 und der Preis ist 17,90 Euro für dieses Teil. Und das ziehe ich jetzt aus. Wird es schon warm. Ja, mir wird es warm. Ich habe ja noch andere Sachen an. Ah ja, da kann man doch nicht meckern. Nein. Ja. Und dann zu einem weiteren Schätzchen. Und zwar ist das ein ganz leichter Strick. So wie es sich anfühlt, ist da Viskose drin. Ich gucke mal schnell. Ja, das ist ein Mischstrick. Kein Mischstrick. Kein Mischstrick. Viskose-Polyester-Mischung. Also in diesem schönen Die Farben sieht die ja an. Genau. Genau. Gerade jetzt die Kombination Grün-Lila ist natürlich super. Da gibt es, haben wir ein reines Leinen dazu. Und dafür haben wir das Wafing. Das sieht richtig toll aus. Ja, frisch. Natürlich Lila. Genau. Dann gibt es das Lila dazu. Und Grün und Lila passen natürlich auch wunderschön zusammen. Und ja. Sieht richtig cool aus, gell? Und der Flieder noch, ja. Das Flieder. Das Flieder ist jetzt einfach nochmal ein Strick. Auch ein Strick, der einfach in dieser Fliederfarbe noch dazukommt. Man kann natürlich auch einen Pulli oder ein Kleid machen und die zwei Strick kombinieren. Genau. Geht auch. Und noch mal was, was ich euch zeigen kann. Man kann natürlich auch noch eine wunderschöne Buckle dazu machen. Und das als Jäckle oder so drüber. Ja. Gerade zu den Lila Tönen oder auch das Grün. Zum Grün sieht es wunderschön aus. Ja. Also den gibt es auch noch in Grün. So. So sieht das aus. Also ein Buckle, ein Strick, ein Leinen dazu in allen Farbvariationen. Und jetzt sagen wir euch einfach was zu den Stoffen. Genau. Also es ist eine Viskose-Polyester-Mischung und da ist der Meter 16,90. Dieser Lila, dieser Helllila-Strick hier, dieses Geschichtle, das ist auch von dem selben Produkt. Also 54 Viskose, 56,46 Polyester und der Preis ist 12,90 Euro für dieses wunderschöne Strickgeschichte. Ist ein bisschen unregelmäßig gestrickt. Das heißt, es hat ein bisschen Flamé-Garn. Das heißt, da ist die Oberfläche so ein bisschen lebendiger. Ah ja. Und die zwei. Die Farbe gibt es natürlich noch in dem schönen. Realblau. Ja. Und Pink. Und in Pink haben wir das Material auch nochmal. Das ist alles dasselbe. Mit ein bisschen mehr Viskose, ein bisschen weniger Polyester, 12,90 Euro. Und dieses Flamé-Garn, das gibt einfach eine wunderschöne Optik ober drauf. So ein Oberteil ist ruckzuck genäht, gerade so was ganz gerades. Oder auch, da kann man zum Beispiel auch diese Schlumperjacke machen von der Katja. Eine wunderschöne, ganz leichte Schlumperjacke in einem wunderschönen, leichten Strick. Genau. Ja. Und dann haben wir dieses wunderschöne Leine hier, was wir euch gerade gezeigt haben. Das ist dunkel lila Leinen. Da kann man wunderschön zu dem Grün. Was ich dieses Jahr schon ganz viel gesehen habe, ist dieses lila Leinen mit Orange. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das sieht super genial aus. 39,90 Euro. Dieser Traum. 100% Leine. 39,90 in lila. Ja. Und wer da vielleicht noch eine kurze Jacke machen möchte, ist der Bucklestoff, so im Chanel-Stil. Genau. Der kostet 29,90 Euro. Ist Polyester-Baumwühl-Mischung mit Viskose. Genau. Und das ist wieder einer unserer bewährten Swafing. Damiel Leinen. 100% Leine in einem wunderschönen Apfelgrün. Die Breite ist 1,40 Meter und kostet 21,90 Euro. Diese Leinen-Qualitäten haben wir natürlich in unzähligen anderen Unifarben. Wir haben ein paar Bedruckte. Aber diesen Darm-Mil zum Beispiel von Swafing haben wir in ganz, ganz vielen klassischen, tollen Sommerfarben. Also wenn ihr da was braucht, einfach euch melden, vorbeikommen oder uns schreiben und wir helfen euch weiter. Und die Stoffe sind auch schon gewaschen, also man kann gerade anfangen. Brauchen wir nichts mehr. Echt? Ja, das ist gewaschenes Leinen. Das ist gewaschenes Leinen. Wunderbar. Super. Und von der Firma Swafing haben wir noch einen schönen 100% Baumwolle bekommen. In diesem schönen Blumenmuster. Das sieht aus wie gesteppt oben drauf. Ich zeig euch mal die Struktur von innen. Da seht ihr sie vielleicht besser. Ja genau, da ist die Struktur sieht man so ein bisschen. Seht ihr das? Das ist so gewebt in diesen Quadraten. Und das gibt so ein bisschen wie so eine Struktur einfach oben drauf. Ja, sieht aus wie ein Steppstoff. Ist aber kleiner. Aber da könnte man natürlich wunderschöne kurze Jäcken machen, so im Stil von einer Jeansjacke. Oder einfach ganz schlicht ohne große Schischi, weil da wirkt der Stoff schon. Genau. Da braucht man gar nicht viel. Weißt du, was man damit auch machen kann? Sowas wie ich anhabe. Diese langen Röcke, die so ein bisschen Stand haben müssen. Da ist jetzt so Kennerfalten drin. Und das könnt ihr euch jetzt vorstellen, so ein langer Rock auch aus diesem tollen Stoff. Der hat ein bisschen Stand. Und dann gibt es da wirklich tolle Faltenvarianten. Und das sieht ganz, ganz klasse aus. Sie sind diese langen, etwas ausgestellten Röcke mit viel Stoff. Und die braucht man da nicht füttern. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Auch eine Hose. Ja, auch eine Sommerhose, weil die nicht so... Also man sagt immer, ich brauche so ganz weich fließende Geschichten. Manchmal brauche ich was Festes, was vom Körper weg bleibt. Und dann habe ich einfach mehr Luftzirkulation. Ja, ist wunderschön. Auch die Farbe mit diesem Lachs drin. Ist der 1,27m und ist 1,35m breit. Und da hätten wir sogar ein passendes Unit dazu. Das ist ein Baumwollstretch. Das ist Liozell mit Baumwolle und Elastan. Da ist der 1,33m, 90m. Er ist von der Firma Hilco und ist ganz weich und fein. Er hat eine tolle Haptik. Er ist seitig oben drauf. Da könnte man zum Beispiel eine Hose machen und ein Jackchen drüber. Oder man könnte natürlich auch eben den Rock machen aus dem und dann die Jacke einfarben. Da gibt es ganz viele tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, und diesen Stoff haben wir auch noch in den Farben. Die sind ein bisschen kräftiger. Nicht so dezent wie das andere. Mit diesem Ocker drin. Auch sehr schön. Und der Preis ist dasselbe. 27,90. Oh, da macht jemand Striptease. Hallo? Ich schwenke jetzt. Da habe ich mich extra diskret zurückgezogen. Das musst du dir jetzt auch noch erzählen. Ja, sieht ja keiner. Aber ich wollte es nur erwähnen. Jetzt kommt nämlich auch noch mal was Leckisches. So, was Leckisches mit Löchern. Schaut mal, das hat sie ganz süß gemacht. Das hat hinten einfach, ist es verlängert. Hat eine kleine Falte. Also dann hat sie eine kleine Schleipe reingemacht. Aber der Stoff ist einfach super schön. Das ist ein Sweat. Ein Baumwoll Sweat. Der ist ein bisschen wärmer. Aber der hat diese vielen Löcher. Und der sieht so klasse aus. Schaut mal, ich habe jetzt da nur eine Unterwäsche darunter an. Aber auch das sieht nichts. Ne, man sieht nichts. Sie sieht einfach schick aus. Und das würde sogar zu meinem Rock hier passen. Sieht super aus. Einfach super klasse aus. Vielleicht behalte ich es auch gerade. Tja. Müssen wir uns da über den Preis unterhalten. Ich tue es jetzt hier vorführen. Hallo? Die Gage, die Gage ist schon der Preis. Ja. Ne, dann ging natürlich auch eine Hose, gell? Ja. Ist doch auch gut. Weil er ist elastisch. Also natürlich elastisch. Das ist ein Sweat. Aber er ist richtig schön weich elastisch. Der ist weich elastisch. Ja. Und schaut mal ein bisschen in den einen Rumpen. Die einen Rumpen sind ganz glatt. Und bei den anderen Rumpen sind so eingewebte Jacquardblüten. Seht ihr? Ah, da sieht man es ganz genau. Und das ist wunderschön. Sieht wirklich klasse aus. Und ich habe schon viele von solchen Teilen gemacht. Auch aus unterschiedlichen Varianten. Die haben ja immer wieder mal Sweats mit Löchern. Und es gibt tolle Übergangspullis oder so Überziehpullis im Sommer. Und im Winter hat man halt ein T-Shirt drunter an. Aber die sind einfach klasse. Oder ein Jäckchen. Wäre auch cool. Genau. Superschön. Und in Schwarz haben wir es natürlich auch. In Schwarz. Und was noch mega ist, der ist 1,80 Meter breit. 1,80 Meter breit. Wunderbar. Und wir haben tatsächlich 95% Baumwolle und 5% Elastan. Ich lebe hier gefährlich. Gefährlich. Der ist einfach zu breit. Der ist zu breit. Und der Preis ist sensationell 21,90 Euro. 21,90 Euro für diesen Stoff. Der ist 1,80 Meter breit. Und wie gesagt, ich habe hier das Equifarbene an. Und ihr seht, ihr habt nur einen BH an. Aber ich finde, das ist nicht so transparent. Man kann das wunderbar so anziehen. Und als Hose kann ich mir das eigentlich auch vorstellen. Ein bisschen Durchblick. Ein bisschen speziell. Aber nicht zu freizügig. Ja, ein bisschen Durchblick kann nie schaden. Wie meinst du das jetzt? So. Da haben wir nochmal einen schönen Sommerstrick. Das ist eine ... Ne, das ist Polyester Viskose. Polyester mit Viskose. Und mit so einem Lochmuster gestrickt. Also es ist natürlich schön frisch. So ein Marinethema. Könnte ich mir da gut vorstellen. Und dann das blaue Leinen dazu. Das ist der richtige Sommer. Ja, das ist richtig, richtig Sommer. Ja. Hallo erstmal alle zusammen. Begrüßen wir die, die auch noch dabei sind. Und der Strick ist breit, 1,40 Meter breit. 1,39 Meter genau. Und der ist 39,90 Meter. Und das Leinen ist wieder eins von unseren Standardleinen. Der Damiel vom Swafing für ... 21,90 Meter, wenn ich es noch richtig in den Kopf habe. Ich gucke mal, ob ich es richtig gehe. 21,90 Euro für dieses wunderschöne Royal Blaue Leinen 1 von Swafing. Wäre auch ein ganz einfaches, schlichtes Strickkleid schön. Auch gerade am Strand zum Beispiel mit schmalen Trägerchen. Aber weißt du, was ich mir daraus auch noch vorstellen kann? Dadurch, dass der relativ viel Polyester auch hat, ist der recht formstabil natürlich. Und dann könnte ich mir so rum natürlich eine von diesen angesagten Schlabberhosen vorstellen. Diese weiten, ihr habt die bestimmt im Kopf, diese angesagten Schlabberhosen, die man jetzt gerade überall trägt. So rum als Hose und oben quer vielleicht als Top. Das ist natürlich super angesagt. Die Löcher sind ganz, ganz klein. Das heißt, man sieht eigentlich nicht durch. Und ihr habt eine wunderschöne Kombi. Oder ihr zieht es dann mit einem weißen Top und weißen Sneakers oder Sandalen an. Und seid ihr ganz toll angezogen. Das sind die Hose, wo man immer denkt, man sieht was, aber man sieht nichts. Man sieht nichts. So, wir haben den ähnlichen Stoff. Wir haben den Kollegen davon, der ist einfach nur ein bisschen mehr auf Zack. Der Kollege ist ein bisschen mehr auf Zack. Und das ist so, das sieht so aus. Hat ein bisschen Missoni-Style. Genau so sehen die aus. In braunen Beige mit Ecru Weiß. Ganz, ganz, ganz dezent eigentlich. Wie gesagt, man kann ihn auch so rumverarbeiten. Das ist überhaupt kein Thema, weil ein bisschen elastischer ist ja in beide Richtungen. Und kombiniert natürlich mit einem Natur- oder mit diesem Schlammton. Ist natürlich auch super schön. Sieht richtig edel-elegant aus. Ja. Oder natürlich eine Jacke drüber. Ja, genau. Als Jacke oder eben auch als Schlumperjacke. Dieses Gestrickte ist glaube ich dasselbe Material wie gerade eben. Wir haben Viskose und Poliester. Für 39,90. Für 39,90. Ist diese Geschichte. Und das Leiner ist ein gewaschenes Leiner von Hemmers. Ja. Wir haben eine Breite von 1,36 und der Preis ist 15,90. Habe ich auch. Du hast du auch. Mit dem selben Stoff, noch eine andere Farbe. Aber guck mal, das wird ja auch so. Schaut mal, wenn ihr dazu jetzt noch eine Leinenhose machen wolltet, wäre das das perfekte Match. Also alles beide miteinander würde wunderbar zusammen passen. Ja. Naturtöne sind eben. Naturtöne gehen immer. Jetzt haben wir noch was ganz ganz Spezielles. Was immer. Ich hole noch was anderes aus dazu. Da kommt nochmal was Spezielles dazu. Und zwar ist das wie das Scuba oben drauf. Das ist Polyester. Es ist nicht elastisch. Man kann also schöne Jacke oder Hoodie machen. Also mit Reißverschluss. Superschöne Farbe mit dem Philodentron. Oder wie heißt das? Fensterblatt. Fensterblatt. Also ich kenne das Philodentron. Ich sage einfach das deutsche Wort dazu. Genau. Das ist mir zu einfach. So wie man es halt kennt. Wie war das mit dem Huhn und dem Korn? Ein Billenesuh und vielleicht auch mal ein Korn. Hast du zufällig mal das richtige Wort gefunden? Okay. So. Und das Grün. Dieses kräftige schöne frische Grün. Passt natürlich perfekt zu diesen Grüntönen. Und das ist auch da drin. Genau. Das Grün ist auch da drin. Wunderbar. Ja. Und aber was dieses Kuba natürlich hat. Das hast du überhaupt gar nicht gesagt. Es hat eine wunderschöne Baumwoll. Ja. So bin ich in der Guide gekommen. Von lauter Farbe. Von lauter Philodentron. Die Innenseite von diesem Stoff ist nämlich aus Baumwolle. Das ist wie so ein Sweat. Eine Sweatflottung. Also innen aus Baumwolle. Also sehr sehr hautsympathisch. Und ihr habt außen diese Polyestergeschichte, die auch so ein bisschen Wind abweist. Wie man die Rege ein bisschen abweist. Bei useligem Wetter. Ja. Und trotzdem frisch. Genau. Immer frisch. Frisch. Ja. Hast du da was dazu zu sagen? Achso. Der Preis. Wollt ihr den anderen wissen? Ja. Vielleicht will sie ja noch was dazu sagen. Also. 31,90 Meter der Meter und ist 1,60 Meter breit. Genau. Und es sind 70 Prozent Polyester, 30 Prozent Baumwolle. Wobei die Baumwolle innen wirklich auf der Innenseite ist es super super angenehm. Und das ist wieder der Damiel vom Swafing. Den habe ich euch ja gerade eben schon gezeigt. Für 21,90 Euro. Den gibt es wie gesagt noch in ganz viel Farben. So. Fertig. Bei uns ist der Kopf abgeschnitten. Ja. Wir sind halt zu groß für diese Kamera. Wir sind zu groß gewachsen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt das Video natürlich noch angucken. Abends. Wie auch immer. Wenn ihr wollt. Auf Instagram und auf YouTube. Und die Stoffe kann man bei uns kaufen. Im Lade. Oder bestellen über Internet. Mail schreiben. Eine WhatsApp schreiben. Kontaktiert uns. Und wir werden euch einfach dementsprechend da. Wir sind da. Genau. Okay. Dann. Schönen Nachmittag. Bis nächste schöne Woche. Oder bis übermorgen. Oder wie auch immer. Bis demnächst. Am Donnerstag haben wir zu. Stimmt. Feiertag. Also. Donnerstag. Ich nähe und stricke angesagt. So ist es. Das Wetter ist nicht so toll. Gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.